bevor diese zweite folge von großblick beginnt eine kleine info für euch ihr könnt mal in den kommentaren unterschreiben was sollte ich als nächstes reviewen welchen film schreibt mal fleißig eure filmvorschläge rein wenn ich die natürlich kenne werde ich sie sofort reviewen also werde ich davon natürlich gerne machen wenn ich sie nicht kenne werde ich mir vorher anschauen aber bitte kommt mir nicht mit die getan ich den musste schon so aussehen das war leid pur also bitte keine titanik nein ich möchte nicht das hängt die schrift bitte nicht ja okay danke und dann würde ich mal sagen ab geht's in die zweite folge vom großblick hallo liebe community family und zuschauer ich bin's wieder mal euren und herzlich willkommen zu der zweiten folge vom großblick ja heute geht es um mein lieblings für meine review ihr wisst wie es ja ablaufen wird es gibt ja meine rennen folge und eine review folge dann kommt denn nächste schon wäre ja anime in folge lieblings serie und so weiter und so fort und heute will ich euch mal mein lieblings film vor vorstellen und es ist eine comic verfilmung am samt mehr habt ihr bestimmt schon gesehen welche comic verfilmung es ist wenn ihr die nicht kennt werde ich sie euch heute mal gerne näher bringen und deswegen aber will ich hier noch was aussprechen und zwar eine fette spoiler warnung weil ich werde hier über den ersten teil berichten dann über die drei fortsetzen plus über die serie werde ich generell ein wort verlieren wir sind über die handlung meine meinung natürlich auch nicht die fortsetzung finde und ja deswegen spoiler warnung für euch nochmal ja mein lieblings film ist eine comic verfilmung wie gesagt und der name ist silko die krähe ganz genau silko die krähe comic verfilmung richtig denn es gab schon vorher den comic silko die krähe gezeichnet wurde es von james obar und im jahre in den anfang der 90er wurde beschlossen ein film zu machen und das war eben so gut wie krähe regie hat hier geführt ich muss das hier ablesen alex projess bekannt aus knocking i robot und dark city ja i robot sagt vielen euch was und zwar ist das der film mit will smith und den nun hier mit den robotern die eine verschwörung planen ein aufstand dann natürlich mit brandon lee der hauptdarsteller sohn von der film legende bruce lee dann michael vingott hat mitgespielt das ist der hier im film hatte top dollar gespielt den bösewicht und viele kennen ihn noch aus dem film robin hood könig der diebe ein sehr alter film anfang der 90er und da hat er den cousin des bösewicht gespielt ja und dann hat noch ernen konnten mit gespielt er hat jetzt herr tatschen albrecht gespielt und ihn kennt man aus mit einer cover 1 und 2 und groß was also 2 und das ist nämlich der afroamerikaner der groß pass das gewesen und ja das sind so erstmal die wichtigsten neuen die auch hier im film vorkommen da gab es noch andere wollen die werde ich gleich noch was zu sagen oder handlung nämlich und ja sonst gibt es noch zu sagen dass produktionsland war usa erscheinungsjahr war 1994 102 minuten laufzeit und fsk 18 und liebe leute wenn ihr die quo irgendwo sieht mit fsk 16 lasst die finger davon die 16er version ist so stark geschnitten da kriegt man ein heuflash ohne witz ich habe mir mal die 16er version angesehen das war damals im tv und nein die 18er version die später dann kamen die ungeschnittene ja deswegen ich hatte nämlich auch als video gehabt und ich fand ihn habe ich aufgenommen gehabt und deswegen mein lieblings und warum ist er mein lieblings film was hat die handlung wie ist die handlung was gibt sonst noch tempos das gibt es jetzt ja zur handlung gibt es einige zu sagen und zwar geht es hier generell im film wie um in den comics um die alte legende das krähen verstorbene seelen wieder aus dem totenreich wieder hervorbringen können und den toten damit wieder leben können im mittelpunkt stehen ja eric draven gespielt von brandon lee und shelly webster gespielt von sophie chinas und natürlich die sara gespielt von rochelle davis die drei stehen hier im mittelpunkt die drei sind wie eine familie und ob sara nicht ihre eigene tochter ist sie ist mit den farben mit shelly verwandt so muss das gewesen sein nach meiner erinnerung und ja weil die mutter sich nicht um sara kümmert die vernachlässigt sie die nimmt drogen lässt sich mit falschen leuten ein und in eric und shelly hat sie neue familie gefunden eric ist ein gitarrist in einer metal band und seine verlobte shelly wohnen gemeinsam in einer großen wohnung im obergeschoss und in einer so genannten teufelsnacht das ist einen tag vor halloween kriegen sie besuch von einer gang bricht in die wohnung ein und greift shelly an und als eric natürlich zur hilfe alt wird er von den gamemitgliedern mit einem messer am hals verletzt und von zwei anderen mit pistolen erschossen und was machen sie danach ja großes fenster denken sich cool er lernt mal fliegen und schmeißen sie aus dem fenster es heißt was sie ko fliegen konnte generell nicht auch nicht als superkraft und mit der landung hat erst recht gehabt hat ja er ist ja was ist mit shelly shelly wird überwältigt und herr vier männer voll auf adrenalin testosteron und wahrscheinlich drogen was denkt ihr was sie mit der liebe in shelly gemacht haben ja ihr denkt richtig sie haben sich mit ihr vergnügt shelly überlebt das schwer verletzt und wird ins krankenhaus gebracht und sarah sieht das und sergeant albrecht war wollte ermittlung aufnehmen aber irgendwie kam man nicht voran und wurde auch teilweise angehindert und shelly starb im krankenhaus ein jahr nach den tat besuchte sarah das grab und legte bei beiden gräbern blumen wieder sie war jetzt allein die mutter hat sich immer noch nicht gekümmert um oder kümmert sich immer noch nicht um sie und das lustige ist die mutter sag ich so wie es ist poppt mit ein aus dieser gang die shelly und eric umgebracht haben nur sie weiß das nicht und weiß es auch nicht als sie vom friedhof gegen die liebe sarah sah sie eine krähe und es kommt wie es kommen muss die krähe belebt eric wieder und ja und dann eric sehnt sich nach rache aber um rache zu nehmen muss er erst mal verstehen wasser ist und er nach und nach im film versteht er wasser ist und versteht auch seine kräfte einzusetzen er bekommt hilfe auch noch von sergeant albrecht und sarah wenn wo sie raus findet wer ist und dieser rache film ist einfach nur hammer mäßig geil ich möchte hier jetzt die zweite von der handlung erzählen ich habe euch jetzt bin was vom anfang erzählt wenn ihn sehr wohl guckt ich euch gerne mal an falls ist irgendwo ein streaming dienst gibt einen legalen werde ich ihn da einblenden wohin euch angucken so was sind seine kräfte nun erstens er hat wie wolverine und deadpool heilen seinen wunsch sehr schnell und er kann nicht sterben meiner meinung hat sich auch die schnelligkeit die stärke und reflexe zugenommen und er kann mit bloßen hand auflegen an andere menschen die das gedächtnis aufrufen was passiert ist zum beispiel wenn er wollte wissen was vor ein jahr passiert ist legt hand auf und sieht dann deren gedächtnis also deren gedanken was vor ein jahr passiert ist das sind so seine super kräfte natürlich er hat auch eine schwarz stellt doch die wird ja auch nicht verraten dafür schaut euch einfach mal den film an ja hier gibt es noch aber auch über den film bei hintergrund wissen weil der film erlangte leider auch traurige berühmtheit denn brandon lee ist beim dreh verstorben morgen die kreossen auf hier ja ich muss mich hier jetzt mal kurz melden und zwar beim video bearbeiten und beim raussuchen von material zum video habe ich was entdeckt und das will ich euch jetzt hier nicht im vorenthalten und zwar es geht um den tod von brandon die viele gerüchte sagen ja er wurde erschossen mit echten kugeln und ich habe jetzt einige artikel gefunden die das gegenteil sagen und zwar er wurde zwar erschossen aber es soll so abgelaufen sein bei ein dreh einer zähne hat sich wo ein teil der platzpatrone im lauf verhakt gehabt so und als sie die nächste zähne gedreht haben haben sie wohl nicht kontrolliert oder nicht nachgeguckt wer weiß und haben den revolver die waffe nachgeladen und beim dreh der nächsten zähne wo er auf brenden die schießen sollte der schauspieler der jetzt auch verstorben ist wie ich dadurch erfahren habe hat sich bei diesem schuss dieses metallstück gelöst gehabt und hat brenden die damit tödlich verletzt so soll es abgelaufen sein wie gesagt gerüchte zufolge sagen viele ne der wurde mit echten kugeln erschossen jemand hatte was gegen ihn deswegen ich wollte das hier noch mal klarstellen und ja das war es eigentlich das war heftig gewesen deswegen der film allein erlangte deswegen auch traurige berühmtheit der sollte eigentlich schon ein jahr vorher 1993 in den kindes kommen aber durch dieses drehunfalls hat sich das verschoben sehr traurig und noch mal beileid an die familie was heißt zum glück es war erst am anfang unklar ob sie den film überhaupt weiter drehen wollten aber zum glück muss man ehrlich sagen muss nur noch wenige szenen gedreht werden und das haben sie eben durch körper dubbel gemacht oder durch einen digitalen trick mit ausschussmaterial von brenden lieben war damals echt revolutionär zu dieser zeitpunkt aber auch teuer ja und der rechercheur alex proyes hat nach diesem film auch ein dramatisches erlebnis gehabt jahrelang war seine kreativität sehr gelähmt gewesen erst mit dark city kam hat er wieder so sein comeback erlebt gehabt aber dieser film hat aber auch kann man sagen auch der rest der welt inspiriert wie meine ich das nun das hier meine lieben leute ist sting sting ein bekannte wwe eine bekannte wrestling legende damals angetreten für die wcw tnt ww und dann noch bei all elite wrestling wo er jetzt zurzeit unter vertrag steht denn dieser sting sah anfang seiner wrestling karriere so aus und das war zu wcw zeiten kam dann die nwo das waren damals bestand wie aus halkogen kevin nash und razer ramon und man brauchte ein ein der die nwo vertreibt weil die haben da ja gegen hier part übernommen und da kommt link ins spiel und das ding hat sich von 50 pro inspirieren lassen sondern so und dieses phase hat er bis heute beibehalten ich weiß noch dabei tn t oder tnt diese andere wesentlich gesellschaft ich blende euch mal dass ich da ein hatte mal so eine art mischung aus the quo und joker gimmick gehabt ich habe mir davon gibt es auch haufenweise youtube videos habe ich mir angeguckt war sehr lustig gewesen muss ich ehrlich sagen ja und deswegen und er sagt auch selber er hat sich die inspiration aus dem film seqo geholt und was man noch sagen kann ist eigentlich dass der film brandony und seiner verlobten elise hunden gewidmet wurde die eigentlich wenige tage nach den drehschluss heiraten wollten dann das musikvideo zu dem lied beyond sewell von der gothic band gothic metal band christania ist aus den 10 von seqo zusammengeschnitten worden auch sehr interessant und es gibt eine szene im film die finde ich extrem auch geil und zwar es gibt ja den all bekannten schriftsteller edgar l lmpo er hat ein gedicht geschrieben der rabe und man merkte hier dass der rechercheur ein fan von edgar lmpo war denn in einer szene ging eric zum pfandleier und klopfte an die tür und wo der pfandleier gesagt hat wir haben nicht auf und den angemerkt hat klopfte noch mal so dass die scheiben zerbraten und zitierte aus der rabe folgende zeilen und auf einmal hörte ich ein klopfen so als ob jemand ganz sanft an die tür meines zimmers ganz genau fand ich echt lustig und ja ja das erst mal zum hintergrund des ersten teils jetzt gehen wir noch mal schnell durchläuft zu den spin-off und zu den drei fortsetzungen die spin-off seqo die serie stand aus 1900 entstand im jahre 1998 hatte 22 episoden produktionsland kanada und er spielte eigentlich den ersten film noch mal nach nur mit anderen darstellerheit und diesmal gespielt von ein mark da koscos dass der hier die serie spielt eigentlich den ersten film nach mit der besonderen handlung das nach der rache er sich nicht zur ruhe legen konnte denn er muss das gleichgewicht von gut und böse wieder herstellen und das wird und das geht in den zwei in den 22 episoden wird das das thema sein was gibt es halt zu erzählen er hat er zwei hat damals ausgestrahlt deswegen kenne ich die serie aber nur ein paar einzelne folge ich muss mir die unbedingt noch mal umholen und zwar im vierten jahr noch 2000 wo das erst mal auf rdr2 ausgestrahlt wie gesagt ich will mir die noch mal holen mal gucken und meine mal gucken wie diese so sind weil ich habe nicht alle folgen leider gesehen und ja dann nach der vor der serie kam aber schon eine fortsetzung und zwar die rache der krähe englische titel gefällt mir zwar besser und zwar so co city of angel produktionsland war auch usa 1996 kam heraus und 82 minuten laufzeit fsk 16 also die serie fsk mäßig weiß ich nicht habe ich auch nichts daran gefunden aber ich auch ab 16 so das ist eine direkte fortsetzung zu teil 12 hier wird es steht auch wieder serra mit im mittelpunkt und in teil zwei die rache der krähe geht diesmal um einen vater und seinen sohn zeugen eines drogenhandels waren und natürlich aller italienische mafia like betonschuhe rangekriegt haben und ins meer geschmissen wurden und die krähe hat den vater wieder hoch geholt und serra hilft ihnen weil sie ist ja kennt von eric mit dem leben zurecht zu kommen und na klar wie ist es wieder mal rache 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 dieser film war aber auch bei den kritiken sehr schmählich angekommen aber liebe leute das wusste ich nicht es gibt von co city of angel ein video spiel für pc sogar saturn und playstation hier mein bild davon und liebe leute wenn jemand wenn ihr jemanden kennt oder ihr selber das spiel habt bitte meldet euch bei mir bei instagram oder twitter ich möchte kann das spiel haben über preis können wir gerne reden aber ich will dieses spiel haben in meiner sammlung und witzig maxi quo und ich will wissen wie das spiel ist und jetzt also wenn ihr sagt bitte schreibt mich an instagram twitter ja wie gesagt der zweite teil wurde größtenteils noch in los angeles gedreht die einnahmen naja die produktionskosten lieben sich damals schätzungsweise auf 13 millionen der film spielte in den usa circa 18 millionen rund ein und circa noch mal acht millionen in den anderen ländern also es war kann man sagen ein kleiner blub ja sonst noch was mehr eigentlich gibt es nicht mehr viel zu dem film zu sagen aber ich möchte gerne aber euch eine kritik vorlesen von james banin der schrieb damals auf well videos wins piers sein weniger charismatischer als vorjent nie im ersten teil die allzeit präsente gewalt sollen die schwächen der handlung kompensieren und das war auch mein gefühl die action ist war richtig gut aber die handlung war wieder ätzend bin ich ehrlich mir hat es nicht gefallen dagegen aber meine verbindung nach der dritte teil the quo 3 tödliche tödliche lösung simpo erscheinungsjahr 2000 102 minuten fsk 18 und das ist wieder wichtig dieses fsk 18 hat eindeutig mit meiner meinung nach dem film sehr gut getan und produktionsland vereinigten staaten und deutschland ja deutschland sogar mitgewirkt und was mich an diesem film fasziniert war die handlung denn es geht wieder um einen um einen jungen mann und seine freundin und die freundin wird grausam ermordet und der junge mann wird auch ermordet aber nicht von dem mörder an seiner freundin sondern von der justiz sprich er wird unschuldig hingerichtet und dieser film was mir so gefallen hat war diese auch leicht politische story weil hier geht es um korruption bei der polizei bei den obersten gerichten mit und das hat mir sehr gut gefallen und das war hammer und wie gesagt die krieg kommt verlebt ihn wieder und er flieht einfach mal aus dem knast so kann man es auch machen in deutschland erschien der film nun mit fsk 16 erst sehr viel später mit fsk 18 und eine kleine besondere hat hat der film auch noch kennt ihr diese hier gute frau kirsten dance ja die kennt ihr bekannt aus spider-man und sie hatte schon vorher mit komikverfilmung zu tun denn hier spielt sie die schwester der verstaubenden nur kleiner fun fact man ranne deswegen und die nimmt zum beispiel die weibliche hauptrolle ein finde ich sehr gut wie gesagt dieser film gefiel mir sehr viel besser als teil 2 und dann kommen wir zum schandfleck der reihe sequo wikig prayer usa großbritannien produktionsland 2005 95 minuten fsk 16 fsk 16 tut der reihe nicht gut also merkt euch fsk 18 immer gut der kam nicht in den kinos und er kam gleich auf dvd und videokassette also könnt ihr euch vorstellen er ist scheiße und das ist er auch handlung generell geht es um einen straffälligen jugendlichen der in ein indianer reservat lebt und hat eine freundin lily ist die tochter des stammes priesters und sie liebt ihn und die familie ihr wisst die sagen hey der straftäter du 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 verliebt dich nicht in den und auf jeden fall sie ist bei ihm und die werden von einer jungen sekte von einer sehr jungen sekte angegriffen überfallen und ermordet denn sie sollten das opfer sein für satan richtig jetzt kommt satan das spiel sehr interessanter ansatz nur scheiße um gesetzt sage ich euch jetzt schon und jedenfalls mein mann und jedenfalls kreikon lebt ihm wieder und hier spielt ein mann mit und er spielt den bösewicht er spielt satan er spielt er spielt lukas und das ist david voranz kennt ihr ihn die etwas älteren unter euch kennen ihn wahrscheinlich aus baffi baffi der band im dämon da hat er den vampir angel gespielt aus seiner eigenen serie angel und die jüngeren müssten aus bohns der knochenjäger kinder später nämlich den fbi h ganz genau der hat da den bösewicht gespielt er hat ihn gut gespielt aber ich weiß nicht es hat irgendwas immer wieder gefällt der film war ist wirklich der schlechteste aller zeiten für mich das ist die schlechteste fortsetzung überhaupt von der ganzen reihe es ist das schlechteste problem und noch zu sagen ist dass er hat noch ein anderer mit gespielt und zwar ein dennny terrio den kennt ihr aus machete machete der ist immer ein trashfilm ich finde das sogar immer so gesagt ich mag den typen aber der ist immer ein trashfilm manche trashfilme mit ihm sind sehr gut manche leider nicht deswegen naja sonst ja die vier viele sagen kritiken ich lese hier mal eine vor das lexikon des internationales film urteilte die vier der vierte aufguss sind groß sage enttäuscht in allen belangen ein lehrbeispiel dafür dass auch noch so erfolgreiche filmwellen auf dauer nur tot geritten werden können und das war ihr auch dabei ja das sind die teile aber das war es doch nicht nein denn sie haben versucht dieses franchise wieder zu leben und wollten ein reboot machen von zippo die krähe vom ersten teil mit dem jungen mann da tom hiddleston ganz genau den loki darsteller aus tor adventures ihr kennt ihn und nächstes mit loki serie bisher ist der film nicht zustande gekommen er hatte viele produktionsschwierigkeiten und 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 also ob er hier noch mal zustande kommt jetzt eine andere frage frage würde ich mir angucken wahrscheinlich würde ich nehmen weiß ich nicht ich lass es auf mich zukommen so dass meine liebe leute war es aber damit mit dieser ersten review folge und hier gibt es meine bewertung zu den allen film die serie lasse ich jetzt außen vor aber zu allen filmen gibt es erstmal die bewertung sie ko 1 klar die krähe kriegt von mir eine glatte 1 sehr kurz war die rache der krähe mit guten willen gebe ich dann noch eine 3 minus ko tödliche lösung weil mir die story sehr gut gefallen hat und hier mal ein bisschen so gesagt die intrigen und dass er vom starten gerichtet wurde gebe ich eine 2 minus und seko wicke im brayer paar gute szenen dabei der bösewicht war ganz in ordnung der schauspielleistung war auch in ordnung von ihm aber der rest kommt es vergessen vier minus ja das ist meine bewertung aber was hattet ihr kennt ihr die firme oder sagt ihr ey ko ich bin einer meinung ich finde den teil 4 doch so geil dann habe ich nur unter die kommentare der schimmer tippen tippt 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 und dann würde ich sagen danke dass ich reingeschaut habe und nächste woche geht es mir oder besser ja nächste woche wenn es mit glück glück kommt darauf an wie ich gut vorankomme kommen animes random und das thema ist sehr interessant was dieses anime betrifft denn ich habe mir was schönes rausgesucht also freut euch darauf dementsprechend sage ich mir immer danke fürs zusehen zoku ciao bis zum nächsten mal euer gemann die co ist raus kurz und schmerzlos sollte links auf der säule die letzte folge des projekts rechts auf der säule ein anderes projekt schaut da mal rein und was eric in den schnabelt ist mein kanal lasst mir was da und shelly kommt da auch schon angeflogen mit ein kanal den ich euch ganz herzlich will schaut da mal rein in dem sinne zockt gut ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal